Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze große weite Welt. Heute ist der 27. Januar 2021. Ja, und ein sonniger Tag begrüßt uns. Der Himmel ist blau, hellblau, und der See spiegelt sich dunkelblau wieder, leicht changierend mit silbernen Elementen. Ein traumhafter Sonnentag im Winter hier in Kanada. So ist es richtig. Ich wage in keinem Punkt zu widersprechen. Du hast in allen Sachen recht. So sieht es bei uns aus. Wie wird es denn? Es wird schön heute und auch die nächsten Tage. Wir haben wirklich ein goldenes Licht. Es ist wunderbar, wenn die Sonne morgens aufgeht. Die Sonne hat wirklich diesen goldenen Schimmer und der spiegelt sich in den Bäumen im Vordergrund wieder. Und dahinter dieser blaue See ist es wirklich märchenhaft schön heute. Siehst du unseren wesenhaften Baum? Den sehe ich diesmal ohne Vögel. Aber ich denke mal, gleich werden die gelben Kernbeißer das Ding wieder bevölkern. Und dann sind da 80 bis 100 Kernbeißer drauf. Ja, vielleicht mal ganz kurz zu dieser Geschichte. Als wir hierher gezogen sind, da waren hier noch ein paar Baumaßnahmen. Und es mussten ein paar Bäume gefällt werden. Und wir sind Tage, Wochen vorher schon zu diesen Bäumen hingegangen und haben die Baumgeister gebeten, sich einen anderen Baum zu suchen, weil diese Bäume jetzt hier weg müssen. Die Holzfäller hier in Kanada haben das mit großem Vergnügen gesehen, wobei sie selber schon auch ganz gut angebunden sind. Aber jetzt ehrlich gesagt nicht lange fackeln, wenn Bäume weg müssen, weil es hier auch wirklich sehr, sehr viele gibt. Und dann gab es aber einen Baum. Das ist der wahrscheinlich älteste hier, aber auch der kaputteste. Der ist also die Wurzel liegt schon bloß und er hat auch schon abgebrochene Äste. Aber er ist halt besonders. Und da hatte ich das Gefühl, den dürfen wir auf keinen Fall wegnehmen. Und Andreas, als du das den Holzfällern erzählt hast, gab es großes Lachen. Naja, ich meine, es ist eine ganz alte Birke, die aus zwei Stämmen so zusammengewachsen ist. Die sind ganz eng miteinander verbunden. Aber es ist noch Leben drin in dieser Birke mit einem ziemlich dicken Stamm. Und es ist natürlich ideal für die Vögel zum Landen, selbst für die Adler, aber eben halt auch für die Eulen, die wir hier haben. Wir haben ja die große kanadische Eulen. Die sind schon wirklich gewaltige Tiere, noch größer als die Adler. Und im ersten Moment haben die wirklich gedacht nach dem Motto, okay, die spinnt jetzt ein bisschen. Die lässt da wirklich diesen verknöcherten alten Baum dort stehen. Aber zu dem Thema mit den Bäumen, also ich habe hier viele Arbeiter gesehen im Wald, die immer wieder mal auch ein kleines Stoßgebet gemacht haben, bevor sie einen Baum abgesägt haben. Und das fand ich sehr berührend, weil sie doch sehr stark mit der Natur noch verbunden sind. Nicht alle, aber viele. Und die, die bei uns arbeiten, denke ich mal so ziemlich alle. Ja, und die müssen sich auch nicht verstecken, wenn sie ein Stoßgebet loslassen, sondern sie wissen, dass sie hier in guter Gesellschaft sind. Genau so ist es. Aber kommen wir jetzt zu den Themen. Oh, ist ja gut. Die sind hart genug heute, Andreas. Denn in, na nicht in Davos, sondern es gibt eine virtuelle Konferenz des World Economic Forums von Klaus Schwab, dem Milliardär und Gründer dieses WEF, der ja viel über den Great Reset gesprochen hat, ein Buch darüber geschrieben hat, uns angekündigt hat, was die Pandemie mit uns machen wird. Und natürlich darauf hingewiesen hat, dass es nie wieder zurückgeht zu dem Leben, das wir kannten. Und es gibt auch keine Institutionen, die im Moment irgendwie bereit wäre, das groß zu verhindern. Donald Trump als ehemaliger US-Präsident ist abgesägt worden. Und so kann man es wirklich vielleicht sagen, weil Betrugsvorwürfe stehen nach wie vor im Raum. Auch da geht es weiter. Aber wir kommen zu diesem WEF-Forum, also das jetzt gerade stattfindet. Man nennt es die Davos-Agenda 2021. Seit Montag laufen da die großen Vorträge, Interviews und Gespräche. Und das WEF hat ein kurzes Video dazu veröffentlicht, was diese Davos-Agenda 2021 vorhat und eine Bestandsaufnahme der derzeitigen Welt. Und da möchte ich mal kurz mit dir gemeinsam reinlesen. Also die Moderatorin begrüßt und sagt, die Pandemie hat die Welt, wie wir sie kennen, radikal verändert. Und die Maßnahmen, die wir heute ergreifen, um uns zu erholen, werden unsere Generationen bestimmen. Deshalb ruft das WEF zu einer neuen Form des Kapitalismus auf, die den Menschen und den Planeten in den Mittelpunkt stellt, während wir zusammenkommen, um die Welt nach Covid-19 wieder aufzubauen. Und da meldet sich Kristalina Georgrieva zu Wort vom Internationalen Währungsfonds. Und sie sagt, jetzt ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, was die Geschichte über diese Krise sagen wird. Andreas, was wird sie denn sagen? Naja, das Erste, was die Geschichte sagen wird, ist, wenn sie dann tatsächlich versucht, objektiv zu berichten und diese aktuelle Zeit zu bewerten, dass dieses World Economic Forum nicht in Wirklichkeit von den Ökonomen gesteuert wurde, sondern von den Nichtregierungsorganisationen. Denn ansonsten würde nicht gleich als erstes eine Dame vom Internationalen Währungsfonds tatsächlich ihren Senf, hätte ich beinahe gesagt, dazugeben, indem sie dann eben halt auch nochmal sagt, wie sie sich diese Welt vorstellt. Also wir sehen hier eine geschlossene Gesellschaft, die hier steht, aus Milliardären und aus anderen anhängenden Organisationen dieser Nichtregierungsorganisationen, die wir hier haben. Das, was sie sagen, ist ja durchaus realistisch. Und wir können uns auch über diese Themen darüber unterhalten, weil die sind alle nicht pauschal schlecht. Aber die Frage ist, wer sind die Initiatoren? Sind es nicht diejenigen, die das alte System aufgebaut haben in dieser Struktur, wie es jetzt als verfehlt dargestellt wird? Oder sind es tatsächlich neue Denker, wie jetzt im Kleinen eine Wissensmanufaktur, die mal einen Plan B geschrieben hat oder eine Organisation, die die Nesara oder Gesara geschrieben hat und so weiter und so fort? Nein, das sind sie eben nicht, sondern es sind die alten Player, die sich jetzt in einem neuen Gewand präsentieren. Ja, die Moderatorin sagt dann in diesem Video, dass 2020 ja auf vielen Ebenen eine Herausforderung gewesen sei. Es hat uns wirtschaftlich und ökologisch zurückgeworfen. Aber es hat auch bewiesen, dass wir, wenn es nötig ist, schnell handeln und unser Leben umstrukturieren können. Und da meldet sich von der UN Antonio Guterres, der sagt, die Erholung von der Pandemie ist eine Chance. Wir sehen Lichtblicke in Form eines Impfstoffs. Aber es gibt keinen Impfstoff für den Planeten. Die Natur braucht eine Rettungsaktion. Also was hat die Natur mit diesem Impfstoff zu tun? Ja, ich würde sagen, erst einmal gar nichts. Und genau hier schon in diesem zweiten Absatz dieses Vortrags, dieses Videos, diese Eröffnung, die dort stattgefunden hat auf dem Internationalen Forum, erkennt man nicht nur, dass eine IWF-Mitarbeiterin gleich die Zügel in die Hand nimmt und ihre Überschriften dazu heruntergibt, sondern dass auch gleich der Lobbyverband der Pharmaindustrie dahinter steht. Es geht also nicht um die Heilung der Menschen im Rahmen der Gesetze der Natur, sondern es geht um eine gigantisch angelegte Impfaktion. Das wird hier gleich ganz klar gemacht. Es wird so dargestellt, einmal die Pandemie, als wäre es ein Naturereignis und wäre überhaupt nicht umstritten. Und das ist nicht wahr, denn sie ist sehr umstritten. Und die Fehleinschätzungen sind mehr als deutlich mittlerweile erkennbar. Aber man macht einfach weiter, als wäre es so. Und daraus erkennt man, dass es tatsächlich darum geht, ein Fundament geschaffen zu haben, um eine neue Ordnung durchzusetzen. Das heißt noch einmal, es geht gar nicht darum zu sagen, dass diese Ordnung, die man anstrebt, pauschal schlecht ist. Aber gerade bei den Akteuren ist es ganz wichtig, hier genau auf die Finger zu sehen, was sie sagen, was sie glauben und wie die Roadmap angelegt ist. Denn Kritik und Vorsicht ist hier mehr als angebracht. Ja, dann meldet sich Angel Gurria von der OECD und der sagt, wir wollen nicht zum Status Quo zurückkehren, den man vorher hatte. Also keine alte Normalität. Denn es war der Status Quo, der uns hierher gebracht hat, der uns unvorbereitet gemacht hat, der nicht genug in Impfstoffe investiert hat, der nicht genug in die Gesundheit investiert hat. Ja, also es geht jetzt konsequent weiter. OECD, wieder NGO-Organisation. Interessanterweise spielen hier Staatschefs keine Rolle, die die Länder steuern. Es wird also kein Herr Putin oder Herrn Biden oder wer auch immer oder der Staatspräsident aus China oder wen auch immer. Die werden gar nicht gefragt, sondern das machen. Doch die kommen dann vor. Ja, aber nicht im Vorfeld. Jetzt geht es darum, dass die Einleitung gemacht wird durch die reinen Nichtregierungsorganisationen. Das ist nicht die Ökonomie, das sind nicht die Wirtschaftsposse. Es steht nicht der Vorstand von Chrysler oder von Siemens oder von BMW vorne, sondern Nichtregierungsorganisationen, Milliardäre, die tatsächlich dort in einer Handvoll sich ausgedacht haben, jetzt die Welt zu retten. Und deshalb ist hier nach wie vor Vorsicht. Die Moderatorin sagt dann Folgendes. Wenn alles zusammenbricht, können wir die Welt auf eine Art und Weise umgestalten, wie wir es vorher nicht konnten. Auf eine Art und Weise, die so viele der Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, besser angeht. Und das ist der Grund, warum so viele nach einem Reset rufen. Einem großen Reset. Das klingt ja eher wie Schlagwort Bingo, hinter dem sich ruchlose Pläne verbergen. Weltherrschaft. Okay, okay. Dieser Slogan kommt nicht gut an. Ja, aber ich meine, sogar Herr Schwab hat sein Buch so genannt. Ja, natürlich. Und dass ein Great Reset stattfinden muss. Ich meine, das behauptet sogar die Wissensmanufaktur seit 15 Jahren. Also natürlich muss sich etwas ändern. Aber hier sind, wie gesagt, die Spieler dran. Und die sind zu beobachten. Sie sagt weiter. Aber eigentlich wollen wir damit nur sagen, dass wir alle die Chance haben, eine bessere Welt zu schaffen. Und es ist nicht verwunderlich, dass Menschen, die durch ein kaputtes System entmündigt und durch die Pandemie noch weiter unter Druck gesetzt wurden, die globalen Führer der Verschwörung verdächtigen. Wolltest du was dazu sagen? Ja, nun, also hier wird natürlich schon der Stoff geliefert für eine Verschwörung, wenn sie sich selbst als globale Führer bezeichnen. Und das ist hier ganz klar erkennbar. Sie sprechen von einer globalen Führung, also von einer Weltführung und von einer Weltordnung, die sie selbst steuern oder steuern wollen. Oder sie streben es an, die Macht über die Welt zu bekommen. Und dann wundert man sich in einem Nebensatz, dass daraus Verschwörungstheorien entstehen. Es ist doch eine. Und wenn man dann im Vorfeld sagt, dass zufällig die Pandemie jetzt kam und die hat uns dazu gebracht, dass wir jetzt in diesen Great Reset reingeraten und dann im Juli bereits schon das Buch über den Great Reset rauskommt und all diese Dinge und im Oktober 2019 ein großes Manöver über die Pandemie angelegt wurde. Über ein Coronavirus auch noch mit den entsprechenden Medienanstalten, die ja jetzt auch eine große Rolle spielen bei der propagandistischen Aufarbeitung der Agenda, die durchgefahren wird. Dann wird das relativ klar, das Ganze. Ja, weiter heißt es hier, aber die Welt ist nicht so einfach. Jeder von uns hat andere Prioritäten, Werte, Vorstellungen. Das ist einer der Gründe, warum Lösungen so schwer zu finden sind und warum wir alle in die Entscheidungsfindung einbezogen werden müssen. Denn ob es Politiker, CEOs, Akademiker, Aktivisten oder Sie sind, es geht darum, dass Menschen zusammenkommen. Auch wenn sie sich nicht gerne an einen Tisch setzen, der für uns alle funktioniert. Und dann kommt Ayai Banga von Mastercard, einer der führenden Köpfe. Er sagt, wir brauchen ein enormes Vertrauen zwischen der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Sektor, damit das wirklich funktioniert. Dieses Vertrauen ist schwer zu bekommen. Naja, hier beginnt natürlich eine neue Situation. Das alte System hat es geschafft, die Machtverhältnisse so zu verschieben, dass wenige Menschen die gesamten Gelder dieser Welt fast auf sich vereinen und damit in diese Machtposition hineingehievt wurden. Und auf dieser Basis versucht man jetzt, den nächsten Schritt einzuleiten. Nicht, indem man eine Rückgängigkeitsmachung macht, sondern man spricht dann davon, dass alle an einen Tisch müssen. Man spricht aber von Akademikern, man spricht von CEOs und man spricht eben halt von den Leitern der Nichtregierungsorganisationen. Und nebenbei, wenn man das Wort sagt, und Sie, das soll wohl der normale Mensch sein, ich glaube kaum, dass ein Friseurmeister, ein Restaurantbesitzer oder ein kleiner Hotelbesitzer oder eben halt ein Mitarbeiter einer Fluglinie mit an diesem Tisch gesessen hat und konnte dazu mitreden. Es lässt sich natürlich mit vollen Hosen gut reden. Denn man hat ja die Situation, dass diese Leute, die diese Welt jetzt steuern wollen, finanziell überhaupt keine Probleme haben und auch keine Versorgungs- oder Verelendungsängste haben. Aber der Normalbürger hat es natürlich schon. Und wenn diese Leute, die die Welt steuern, in ihrem Reichtum, in einer Situation sind, wo sie jeden Tag Milliarden dazubekommen, und zwar systemisch durch Umverteilung, aufgrund des Finanzsystems, aufgrund der Spekulationsgewinne und so weiter, dann ist es natürlich relativ einfach auch, darüber so locker zu sprechen, während andere Menschen eben nicht wissen, wie sie ihre Familie satt bekommen sollen. Und in Afrika beispielsweise die Hungersnöte um 130 Millionen Menschen im Jahr gestiegen sind. Das heißt, Menschen hungern 130 Millionen mehr als im Vorjahr. Das sagt sogar die UN in ihrem Weltbericht im letzten Jahr. Und das sollte einen dann nachdenklich machen. An den Taten sollte man sie messen, nicht nur an den Worten. Die Moderatorin sagt, dann sehen Sie, zu Beginn des Jahres 2020 besaß ein Prozent der Weltbevölkerung so viel wie besaß ein Prozent der Weltbevölkerung 44, Moment, so viel wie 44 Prozent der Weltbevölkerung. So war es richtig. Sorry, das ist hier übersetzt worden. Ich bin da ein bisschen durcheinander gekommen. Und seit dem Beginn der Pandemie haben die Milliardäre um mehr als 25 Prozent zugenommen, während 150 Millionen Menschen in die extreme Armut zurückfielen. Und der Klimawandel wird durch die Pandemie beziehungsweise die dadurch verursachten Schäden alles in den Schatten stellen. Die Botschaft also von 2020 sollte überdeutlich sein. Ja, und was wir hier hören, ist, dass diese ein Prozent, die so viel besitzen, wie die Hälfte, der knappe Hälfte der gesamten Weltbevölkerung, dass diese ein Prozent jetzt hier im Name des World Economic Forum sprechen und für 100 Prozent der Weltbevölkerung eine neue Welt einleiten wollen. Und da sind Fragen schon erlaubt. Ja, und von Salesforce.com, das ist ja ein internationaler Anbieter von Cloud- und Computerlösungen, da sagt Marc Benioff einen Satz, der spannend ist, der Kapitalismus, wie wir ihn kennen, ist tot. Mit seiner Besessenheit von der Gewinnmaximierung für Aktionäre hat er auch zu erschreckender Ungleichheit und Not geführt. Also er scheint sich selbst davon zu distanzieren. Ja, das sagen wir natürlich auch schon seit vielen Jahren, dass es nicht nur um die Gewinnmaximierung und vor allem nicht nur um Wirtschaftswachstum gehen darf, sondern es muss darum gehen, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, aber schon im Rahmen einer Gewinnmaximierung. Die Frage ist, wie die aufgestellt ist. Wenn die Gewinne nicht nur den Eigentümern zugestanden wird, sondern allen, die an dem unternehmerischen Prozess beteiligt sind, nämlich in der Entwicklung, in der Entstehung, in der Bearbeitung und so weiter, in den Vertrieb, alle Menschen, die dort beteiligt sind, das wäre dann natürlich schon eine vernünftigere Geschichte. Aber so einfach, wie es hier gemacht wird, ist es eben nicht, indem man dann den Begriff Stakeholder dafür ja noch verwendet. Ja, genau das kommt jetzt hier, das sagt die Moderatorin dann auch. Sie sagt, niemand kann das alles allein beheben, denn alles, was wir in unserer Arbeit gelernt haben, hat gezeigt, dass vielfältige Stimmen zu besseren Ergebnissen führen. Und aus diesen Gründen spricht das Forum etwas von dem, was man Stakeholder-Kapitalismus nennt, was das Geschäft weg vom reinen Profit verlagern würde, denn, und jetzt äußert sich vom Weltwirtschaftsforum Sadia Sahidi, wenn wir ändern wollen, wohin der Fokus unseres Aufschwungs gehen soll, dann brauchen wir ein neues Armaturenbrett für die neue Wirtschaft. Und das muss die Menschen, den Planeten, den Wohlstand und die Institutionen umfassen. Also es klingt ja praktisch fast malerisch. Ja, also wenn wir tatsächlich einen Great Reset wollten, so wie die Herrschaften das dort vorgeben, dann müssten diese entsprechenden Initiatoren als erstes sich von ihrem Reichtum lösen, damit überhaupt erst mal eine Grundlage für ein Reset entsteht. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Man will ja gar nicht die Macht aufgeben, sondern man will die Macht an sich reißen. Und während diese Gespräche laufen, werden automatisch die Taschen dieser Ultrareichen, das ist keine Neiddebatte, sondern man muss hier ein System erkennen, was dahinter steht, dass die immer reicher werden und damit immer noch mehr Macht bekommen. Und irgendwann so viel besitzen diese 1% wie 90% der Restbevölkerung. Das ist der Prozess, der gerade am Laufen ist. Wir reden von 44, aber vielleicht mal zur Frage, was ist Stakeholder? Stakeholder und Shareholder, das sind ja so die beiden Begriffe, die momentan gehen. Shareholder sind nichts anderes als die Eigentümer der Unternehmen, die sogenannten Aktionäre. Ich breche es ganz einfach runter. Und zur Zeit war es immer so in der Vergangenheit und das war definitiv falsch. Da haben die Leute vom WEF tatsächlich recht, dass ausschließlich das Unternehmen auf Gewinnmaximierung im Interesse der Eigentümer, sprich der Aktionäre, die Arbeit zu machen hatte. Nun war es aber so, dass früher mal die Shareholder, das heißt die Aktionäre, sich mit einem Unternehmen auch verbunden fühlten, ein Unternehmen besaßen, mit dem Unternehmen durch dick und dünn gegangen ist. Aber durch diesen überausrufernden Kapitalismus und dieser unendlichen Freiheit, die wir hatten, gerade in den Finanzmärkten, gab es eben halt unglaubliche Umverteilungsorgien durch diese Kapitalheuschrecken, die sich in Unternehmen kurz eingekauft haben, diese Gewinne abgegriffen haben, um dann wieder andere Unternehmen zu kaufen und dabei die Unternehmen, die sie genommen haben, um das Geld rauszuziehen, dann zerstört haben. Das waren zerstörerische Elemente. Aus diesem Grunde müssen die Dinger wirklich geregelt werden. Jetzt kommt der Begriff Stakeholder. Stakeholder sind also alle an einem unternehmerischen Prozess beteiligten. Das bedeutet die Arbeitnehmer, die Arbeitgeber, aber auch die Kunden und so weiter. Das ist ja der grundsätzlich richtige Ansatz. Es gibt da nur ein Problem. Ich will das jetzt nicht pauschal verurteilen, was da gesagt wird, aber ich möchte hier deutlich machen, es gibt Spannungsfelder, zum Beispiel zwischen dem Kunden und einem Unternehmer. Ein Unternehmer möchte sein Produkt, was er anbietet oder seine Dienstleistungen möglichst teuer verkaufen, um möglichst einen hohen Ertrag zu haben, damit er seine Mitarbeiter und so weiter bedienen kann und er für sich selbst auch richtig was über hat. So ist das ganz normal. Der Kunde soll also möglichst viel zahlen. Der Kunde hat aber genau das gegenteilige Interesse. Der sagt, ich suche das billigste Angebot raus und dort kaufe ich. Das heißt, er will so wenig wie möglich bezahlen, weil ihn die Gewinne des Unternehmers eher nicht interessieren. Das liegt in der Natur der Sache unserer Menschheit, die sich geistig auf diesem Level bewegt, auf dem wir uns hier gerade eben befinden und in dieser Zeitqualität. Mit anderen Worten, dieses Spannungsfeld der Interessenkonflikte lässt sich nicht einfach durch ein Wort Stakeholder Value regeln. Das, was dabei rauskommt, ist wieder eine zweite DDR light. Das ist alles nichts Neues, was hier gemacht wird, sondern einfach nur neuer Wein in alten Schläuchen. Alter Wein in neuen Schläuchen, so ist es richtig. Ich wollte gerade sagen, was ist passiert jetzt? Übrigens hat Klaus Schwab, der WEF-Gründer, ein neues Buch schon wieder veröffentlicht, vor wenigen Tagen. Dieses Buch, wie heißt das nochmal? Warte mal, ich habe es doch hier gerade gehabt vor der Nase. Die Zukunft der vierten industriellen Revolution. und da heißt es zum Beispiel, wir, also es zeigt auch übrigens seine Ankündigung, was drinsteht in dem Buch, dass diese ganzen Davos-Gipfel ja überhaupt keine ergebnisoffenen Treffen sind, sondern es sich um das Festzurren einer Agenda handelt, wo alle Akteure sich einig zu sein haben, kann man so sagen. Und hier heißt es in der Ankündigung des Buches, wir stecken mitten in der vierten industriellen Revolution, so wird das ja jetzt bezeichnet, und sie wird alles verändern, wie unsere Wirtschaft funktioniert, wie wir miteinander umgehen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Da wird es ja richtig gruselig. In seinem neuen Buch skizziert der Vorsitzende des WEF, Klaus Schwab, die wichtigsten Trends der neuen Technologien, die die vierte industrielle Revolution ausmachen und entscheidend für die Zukunft der Menschheit sein werden. Er legt dar, wie die daraus entstehenden Chancen bestmöglich für uns genutzt werden können und eine nachhaltige Zukunft gelingen kann. Also, wir haben euch das Buch hier eingestellt. Ich bin immer der Meinung, man soll wissen, was die vorhaben, auf was man sich einzurichten hat. Aber auf der anderen Seite ist immer die Frage, ob man das noch unterstützen soll, wobei Herrn Schwab egal sein wird, was da an Geld reinkommt, das hat er nicht nötig, sondern er will seine Pläne einfach auch verbreiten. Ja, natürlich. Und das ist auch gut, dass er die Pläne verbreitet, weil man dann entsprechend sich kritisch auch damit auseinandersetzen soll. Unter einem Forum, unter einer Konferenz und nichts anderes ist ein Forum, verstehe ich eine Zusammenkunft, einen Gipfel von ganz vielen Personen, die in einem Diskurs bestimmte Pläne erarbeiten, strukturiert sind und eben ergebnisoffen argumentieren, diskutieren. Was hier stattfindet, erinnert mich doch eher stark an eine Managerabrichtung, ein Training, wo alle führenden Positionen zusammengebracht werden, ob das virtuell ist oder eben in Personenform, ist völlig egal jetzt, um eingeschworen zu werden, wir schaffen das, stark im Wind am Wettbewerb vorbei. Also so ungefähr. Also eine ziemlich heikle Geschichte, die da stattfindet. Das Ganze ist schon ein bisschen wirklich sektenartig wirkend, also abgespalten, Sekten kommt ja von Sektionen, abgespalten von dem bisherigen Verlauf der Ökonomie, der Umverteilung durch das Finanzsystem in eine neue Ära der weiteren Umverteilung des Finanzsystems, wo es jetzt nicht nur noch um das Geld geht, sondern zusätzlich auch noch um die Macht geht. Und da kommen dann schon so messianistische Begriffe in meinem Kopf, die da plötzlich aufpoppen. Das entspricht ja meinem Namen. Und dann denkt man mancher, ei, 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 ei. Das wirkt ein bisschen fast größenwahnsinnig, wie in einem James-Bond-Film von einem, der jetzt die Weltmacht übernehmen will. Wunderschön verpackt, übrigens hochintelligent, weil die Aussagen, die dort gemacht werden, kann der Normalbürger fast ausschließlich unterschreiben, weil er sagt, ja, das ist richtig, die Welt muss gerettet werden, alles muss neu werden. Es ist also sehr intelligent von der Propaganda aufgemacht. Intelligent auch übrigens dieses WEF-Video zur Eröffnung also dieses Forums zu beenden mit der Aussage der Grand Dame Jane Goodall, britische Verhaltensforscherin. Viele kennen sie über ihre zahlreichen Forschungen von Schimpansen in Tansania und Primatenforschung eine wunderbare Person, die sich immer für den Erhalt der Natur, für den Schutz der Natur eingesetzt hat. Ich bezweifle, sie ist 84 inzwischen, ich bezweifle, dass sie wirklich weiß, vor welchen Karren sie sich da hat spannen lassen, denn man hat sie ins Bild gesetzt mit folgender Aussage, wir haben ein Fenster der Zeit, das sich schließt und wir, jeder der kann, muss jetzt zusammenkommen und Lösungen finden. Dass ihr das direkt aus dem Herzen entspringt, das würde ich unterschreiben, ob sie weiß, in welchem Zusammenhang diese Aussage ich, das meine Meinung missbraucht wird, ob sie das weiß, weiß ich nicht. Was sie hier sagt, wir haben ein Fenster der Zeit, das sich schließt, und das erinnert mich an Greta Thunberg, das erinnert mich an Angela Merkel oder Ursula von der Leyen, die allesamt sagen, wir haben keine Zeit mehr, also Merkel und von der Leyen sagen, es muss geimpft werden, geimpft werden, geimpft werden, aber was die Klimaziele angeht, da heißt es genauso, wir müssen jetzt zusehen, dass das alles ganz schnell reduziert wird, das CO2 und Greta Thunberg hatte ja eine Jugend angeführt im vorletzten Jahr weltweit eine zornige Jugend, die den älteren Generationen vorgeworfen hat, wir klagen euch an, how dare you, ihr habt unsere Welt kaputt gemacht und in zwölf Jahren, jetzt sind es dann nur noch zehn nach deren Rechnung, geht die Welt unter, wenn nicht ganz schnell etwas passiert. Also Andreas, was ist dieser Zeitfaktor, dieser Druck, der da reingebracht wird, worauf beruht der? Na ja, wir dürfen eines nicht vergessen, man baut jetzt hier darauf, dass man selbst sich in der Lage fühlt, ich sage fast wie unsterblich zu sein und die Welt in eine neue Bahn zu leiten. Und diese neue Bahn liegt darin, dass man sagt, wir sind allein in der Lage, die Sache neu zu regeln. Ich nehme sogar einem Klaus Schwab ab, eventuell, das will ich gar nicht ausschließen, dass er sogar ernste Absichten hat, vielleicht sogar ein Bill Gates. Ich will das gar nicht mal, die glauben das vermutlich sogar selbst. Ich kann mir das vorstellen, man geht ja nicht morgens aus dem Bett und sagt nach dem Motto, alles wird wunderbar und Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, wenn dort nicht irgendwelche dunklen Mechanismen hinterstehen würden, dann man kann sich die Sache ja selbst schön reden. Würde man auf Nachhaltigkeit bauen, dann würde man zum Beispiel auch auf Bildung bauen. Man würde darauf setzen, dass die Menschen gebildet werden, ergebnisoffen argumentieren und tatsächlich wieder in ihr Bewusstsein und ihre geistige Ebene reingekommen, so wie es die Natur vorgesetzt hat. Aber wir haben hier eine Struktur, in der die Bildung abgeschafft wird, zwei Jahre Bildungsferne, also die Schulen sind regelrecht zu und gleichzeitige Abrichtung einer Jugendorganisation, wie sie auch in den dunkelsten Geschichten Deutschlands gewesen ist. Da gab es auch einige Jugendorganisationen und das macht einen dann schon Sorge. Und wenn dann Dogmatiker abgerichtet werden, die in wenigen Jahren oder Jahrzehnten selbst in Führungspositionen sind, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass da Probleme auftauchen, dass selbst gute Absichten, wenn sie denn gut gemeint sein sollten, plötzlich aus dem Ruder laufen. Denn wenn man das wollte, was man will, was man sagt offiziell, dann müsste man die Menschen mit einbeziehen. Man macht es aber nicht. Man will sie mehr oder weniger degradieren. Sie laufen mit Masken vor dem Mund, sie verlieren Selbstbewusstsein, sie sind vereinsamt, sie sind entwurzelt durch Völkerwanderungen und eben halt in ihrem Bewusstsein, ihrer geistigen Fähigkeit massiv kastriert worden. Das heißt, das sind nicht die Menschen, die man braucht, um eine neue Weltordnung zu organisieren, sondern eine stumpfe Menschheit, die organisiert wird durch dieses berühmte Einprozent, von denen wir hier reden. Ausnahmen bestätigen selbstverständlich die Regel, aber dahin fährt der Zug. Das ist auch meine Meinung. Andreas, es gab ein Eröffnungsgespräch beim WEF zwischen Klaus Schwab und der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Man höre und staune bei diesem internationalen Globalgipfel. Und du hast dir dieses Gespräch angesehen und hast so eine ganz kleine Auswertung mal vorgenommen. Ich würde dich bitten, dass du uns das mal vorträgst. Ja, gerne. Ich habe ein paar Notizen mir mal gemacht dazu. Also man darf nicht vergessen, Merkel steht natürlich auch als Aspirant in der Diskussion, eventuell irgendwann den UN-Vorsitz mal zu nehmen. Auch das stand schon in der Diskussion. Das heißt, sie ist also sehr NGO-konform. Also das Erste, was dort war in dieser Diskussion, ich versuche so kurz wie möglich zu machen, es dauert wirklich nicht lange. Merkel hielt eine Rede, nachdem Herr Schwab sie persönlich vorstellte, sich bedankte, dass sie da war. Und dann kam die berühmte Merkel-Rede. Das war der größte Teil dieser ganzen Veranstaltung. Da will ich gar nicht drauf eingehen. Das waren die klassischen Wortschleifen wie Corona als Naturkatastrophe, Klima und so weiter und so fort. Das können wir also getrost abhacken. Aber dann kam eine anschließende Diskussion. Die ging noch 20 Minuten und die war schon ziemlich spannend. Also es war eine starke Eigenkritik. Ich würde es aber als Pseudo-Eigenkritik bezeichnen, was dort Herr Schwab und auch Frau Merkel sich in einem Ping-Pong-Spiel, das war so eine Eigenbeweihräucherung, die da mitspielte. Aus meiner Sicht war das schon deutlich erkennbar. Und da ging es um die Kritik zum Beispiel der nicht vorhandenen präventiven Agilität. Also der vorsorglichen Aktionen, die eben halt geplant werden. Zum Beispiel bei der Versorgung. Man stellte plötzlich fest, dass die Versorgung von Lebensmitteln, von Strom und so weiter eben tatsächlich nicht so ganz einfach ist wie Lieferketten, die sich zum Beispiel im Reißzustand befinden. Das heißt, man spricht jetzt auch schon offen über Lieferkettenausfall und über über wachsende Krisenszenario, die die Versorgung der Bevölkerung betrifft. Absolut. Und man hat das eben halt auch an vielen Beispielen dann erarbeitet zwischen den beiden. Das war ein intellektuell gutes Gespräch. Was man merken konnte, ist eines, dass Frau Merkel offenbar ganz klar bei Verstand ist mit dem, was sie sagt. Und das macht das Ganze für mich natürlich auch besonders interessant. Denn sie sprach auch von diesen Finanzstrukturen, die tatsächlich im Wildwuchs Systeme zerstört haben, Unternehmen zerstört haben. Sie sprach über die hochsensible, ich sage mal Logistik, allein im Flugverkehr hat sie als Beispiel über Medikamentenversorgung. Da kam auch die Situation, dass die Medikamentenversorgung wieder ein bisschen regionalisiert wird. Aber sie sprach auch von einer nicht ausreichenden Armee, die als Reservisten permanent zur Verfügung stehen. Und also das waren schon Sachen einer Pseudo-Eigenkritik, die natürlich immer wieder in die Richtung der Ausrichtung des Great Reset mündeten, ganz klar. Es war eine relativ intelligente Erklärung von Merkel über die lineare Funktion gegenüber einer Exponentialfunktion. Was heißt das? Also frühzeitig zu erkennen, wenn zum Beispiel eine Pandemie kommt, diese Kurve einer Pandemie entsteht ja im ersten Moment nur leicht ansteigend. Man kann da eine lineare, so nennt man das, lineare Funktion reininterpretieren. Und plötzlich fängt sie an, sich zu verdoppeln, zu vervierfachen, zu verachtfachen, 16-fachen, 32 und so weiter. Also geht immer steiler die Kurve nach oben. Und diese Dinge eben halt sauber zu erkennen, das war intellektuell richtig erklärt, passte nur relativ wenig in diese gesamte Argumentation. Also sie beweihräucherten sich regelrecht und man vor allem hat sie eines nicht erklärt, dass die Argumentation der Exponentialgefahren bei der Pandemie genau nämlich beim Coronavirus offenbar nicht zum Zuge kam. Denn in Schweden gab es keinen Shutdown und dort sind einfach nur die, ich sag mal, Infektionen wahrscheinlich nach oben gegangen, aber eben nicht die Auswirkungen. Und die Exponentialfunktion bezog sie natürlich auch auf den Zusammenbruch der Versorgungssysteme in der Medizin. Okay, dann spricht Schwab, haben wir gerade drüber gesprochen, da brauchen wir nicht nochmal drauf reingehen, über den Stakeholder-Kapitalism als Art einer sozialen Marktwirtschaft. Das ist natürlich keine soziale Marktwirtschaft, das ist eine Art Sozialismus wie in der DDR. Auch in der DDR gab es private Unternehmen neben den ganzen volkseigenen Betrieben. Also man muss da sehr vorsichtig sein. Also das ist keine Neuerfindung, sondern das ist wirklich das Alte, was man wieder hat. Er beklagt natürlich gleichzeitig seine ideologischen Gegner, die bei dem Wort Stakeholder sofort einen Sozialismus reininterpretieren und beim Kapitalismus die Finanzorgien der Vergangenheit weiter sehen. Also es ist alles ein bisschen sehr einfach runtergebrochen, so ein bisschen eine Opferhaltung, die da eine Rolle spielte bei Klaus Schwab. Aus meiner Sicht wirkte das so. Also was wichtig war bei Schwab und auch Merkel, dass der Staat und große Unternehmen mehr oder weniger gleichgesetzt wurden. Und das ist schon eine wichtige Aussage. Und diese beiden Organisationen wie Staaten und Großkonzerne müssten ihre Funktion mehr oder weniger in einer Art Kooperation, das ist zwar nicht so genannt worden, aber kooperativ, gesellschaftsverantwortlich erkennen. Mit anderen Worten, es geht hier um eine Art Verstaatlichung der Unternehmen, die damit hintersteht, zumindest eine direkte Einflussnahme des Staates. Und das sind Warnsignale wirklich eines Sozialismus, wie es die Sowjetunion damals gemacht hat, nachdem man 1917 das zaristische System zerstört hatte und dann die Strukturen aufgebaut wurden, die natürlich wieder zum Untergang führten 1988, 1989. Also Schwab und Merkel beklagen sich in diesem Gespräch übrigens über diese schweren Schäden am Mittelstand, diskutieren aber kein Wort darüber, dass sie selbst dafür mitverantwortlich sind. Denn man könnte diesen Shutdown längst aufheben und hätte in der Vergangenheit schon längst ihn aufheben können. Und dann wären die Unternehmen, gerade die mittelständischen Unternehmen, die hier auch als Garanten der Wirtschaft erkannt wurden, dann wären die auch wieder in Gang gekommen. Also Schwab und Merkels Ziel ist also der globale Klimaschutz, ohne auch nur einen Hauch darüber zu verlieren, dass der Klimaschutz ja in irgendeiner Form umstritten ist, weil nämlich diese Klimaerwärmung tatsächlich von vielen, vielen ernstzunehmenden Wissenschaftlern in dieser Form, wie sie uns dargestellt wird, erkannt wird als trojanisches Pferd offenbar dieses Great Resets, den man plant. Natürlich auch kein Wort über den Zeitgeist, Klimaschutz und all die Dinge. So, Fazit. Es gab viel zu viel Freiheiten, sagt Merkel, bei Unternehmen wie bei den Finanzen. Das stimmt, aber Unternehmen und Finanzen gleichzusetzen ist hier kritisch, weil die Finanzorgien das sind, was eigentlich Herr Schwab und auch deren Kollegen in dem Club der Milliardäre verkörpern, dass man das gleichsetzt. Es gibt aber auch Unternehmen, die schlicht und ergreifend Bedürfnisse befriedigen. Das wird mehr oder weniger zusammengemacht. Und dann geht es darum, dass wir alleine aufgrund der Umweltbelastung dringend Leitplanken durch staatliche Regulierungen brauchen. Und diese Leitplanken, die treten allerdings vor allem nur auf bei kleinen Unternehmen. Die Großen gehen dann in Gebiete wie China oder nach Taiwan oder sonst was, wo diese Leitplanken des Umweltschutzes nicht gelten. Also es ist eine relative Doppelzündigkeit, die damit hinter steht. Man spürt überhaupt keine Eigenkritik, denn alle Forderungen, die die beiden stellen und Verwerfungen, die die beiden abstellen wollen, also Schwab und Merkel, sind maßgeblich durch diese beiden Funktionäre, ich habe dahinter geschrieben, für mich als Wort noch in Klammern genossen, aber das ist mein Wort, mitverantwortlich gesteuert worden. Das heißt also, die Ankläger des Systems und der Spieler, also der Menschen, die dort existieren in dem gesamten System und das sind alle, sind letztendlich diejenigen, die maßgeblich dieses Problem mit verursacht haben. Also ein zynisches Gespräch unter Theoretikern kann man hier relativ einfach zusammenfassen. So, Merkel ist nochmal drauf eingegangen, auf den Multilateralismus, unter anderem auch mit China, weil China ja die UN-Karte anerkennt, also insgesamt und aus diesem Grunde müsste man auch bei den unterschiedlichen Interpretationen von Menschenrechten immer in Kontakt bleiben. Spannend, sie hat kein einziges Wort über Russland verloren. Russland liegt auch auf dem Planeten, ist übrigens das größte Land der Erde flächenmäßig und das wurde nicht einmal angesprochen. Also man diskutiert also nur mit Partnern auf Augenhöhe, mit zielführenden Ergebnissen im Visier, aber nur nach der Roadmap dieser World Economic Forum Gruppierung. Also ein relativ intellektuelles Gespräch, welches das Bewusstsein der Lage klar macht, aber an den Taten soll man sie natürlich erkennen und nicht an den Dogmen. Das Interessante ist noch für mich hier, wer als Normalbürger die Zusammenhänge kaum beurteilen kann, weil er nämlich mit dem täglichen Überleben beschäftigt ist, zu arbeiten und so weiter, der kann bei dieser World Economic Forum Darstellung eigentlich immer zustimmen mit dem, was sie sagen. Und das ist das perfide aus meiner Sicht, denn das, was gesagt wird, ist zwar nicht immer ganz richtig, aber es wirkt aufrichtig und viele Dinge stimmen auch. Es ist ein hochintelligentes Propagandaspiel. Also schade, dass es aus meiner Sicht nicht wirklich ernst gemeint sein kann, denn die Tagespolitik und Gesamtausrichtung zeigt das glatte Gegenteil, nämlich im Rahmen einer ökonomischen Vernichtung, die unkontrolliert wirkt, wie durch das Pandemie-Manöver, aber offensichtlich sehr kontrolliert ist. Also das ist meine Stellungnahme dazu. Ja, ich denke, da ist vieles drin, Andreas, und ich denke auch, wir können jetzt ruhig Schluss machen mit dem WEF, denn wir sind jetzt fast eine Dreiviertelstunde damit beschäftigt. Ich hätte hier noch viele Informationen. Ich denke, dass wir vielleicht am Freitag darauf noch mal eingehen, denn es wird ja heute und morgen auch noch einiges dort passieren und zu Wort kommen. Aber im Großen und Ganzen ist das, wie du es hier erklärt hast, umrissen hast und auch diese Analyse dessen, was dort in diesem Eingangsvideo veröffentlicht und vertreten wurde, macht doch einiges klar. Lass uns noch mal einen Blick in die USA werfen. Dort hat man ja versucht, ein Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump einzuleiten. Daraus scheint nichts zu werden. Die Demokraten haben einen fetten Dämpfer erhalten. Bei einer Abstimmung im Senat wurde deutlich, dass die dafür benötigte Zweidrittelmehrheit unwahrscheinlich ist. Also es ist eine überwältigende Mehrheit der Republikaner im Senat gewesen, die sich gegen den Fortgang des Amtsenthebungsverfahrens ausgesprochen hat. Nach der Vereidigung der Senatoren als Geschworene in dem Verfahren unterstützten 45 der 50 Republikaner in der Kammer einen entsprechenden Einspruch. Ihres Parteikollegen Rand Paul. Damit findet das Verfahren im Senat ab der 2. Februarwoche zwar weiterhin statt. Eine Zweidrittelmehrheit für eine Verurteilung, die wiederum Voraussetzung für die von den Demokraten angestrebte Ämtersperre auf Lebenszeit natürlich für Trump wäre. Er scheint aber extrem unwahrscheinlich, meldet die Tagesschau. Also wenn die sich schon nicht mehr winden, sondern aussprechen, und das ist auch das, was Beobachter allesamt sagen, dass es unwahrscheinlich ist, dass es dazu noch kommen wird. Ja, das erhöht natürlich den Druck auf das System, den Great Reset so schnell wie möglich durchzuziehen und all die Maßnahmen, die geplant sind. Denn man will auf jeden Fall verhindern, dass in vier Jahren ein Donald Trump wieder in Gang kommt. Wir müssen natürlich auch sehen, dass wir noch immer die Androhung oder die Beantragung des Impeachments-Verfahren gegen Joe Biden. Das wird ja interessanterweise überhaupt nicht diskutiert, dass da auch gerade etwas läuft. Man redet nur über Donald Trump und in Anbetracht der Tatsache, dass sich so viele nicht gegen Donald Trump aussprechen, was man ja als für Donald Trump interpretieren kann, muss man davon ausgehen, dass Donald Trump vielleicht jetzt nicht mehr im Sichtbereich ist, aber jetzt nicht nur noch sitzt und golft, so wie man das gern darstellt, sondern vermutlich immer noch relativ viele Fäden in der Hand hat. Wir dürfen nicht vergessen, die Administration, die entsprechenden Offiziere, Generäle oder sonstigen führenden Administrationsdirektoren in den verschiedenen Behörden, ob das auch Finanzen ist, Verkehrspolitik, Wirtschaft und so weiter, sind immer noch da. Und ich habe das Gefühl, dass sie da auch, weil sie ja auf den Staat eingeschworen sind, auf die Vereinigten Staaten von Amerika durchaus noch in großen Teilen mit Trump sympathisieren. Wir werden sehen, also es zeigt sich immer wieder, dass die Geschichte offenbar noch längst nicht beendet ist, denn die Wahlbetrugsverfahren, die laufen ja auch weiter. Da hat sich ja jetzt die Firma Dominion, die unter Verdacht gestellt wurde, sowohl von der Anwältin Sidney Powell als auch von Trumps Anwalt Rudy Giuliani, die haben sich ja zu Wort gemeldet und haben Giuliani eine Milliardenklage angekündigt. Also das ist auch ein spannender Kampf, der da losgetreten wurde. Ja, und die ersten Wunder des, ich sage mal in Anführung, Holy Joe werden jetzt auch erkennbar, denn in Kalifornien, das ist ja ein demokratisch regierter Staat, da sind die Corona-Lockdown-Maßnahmen plötzlich mit sofortiger Wirkung aufgehoben worden. Also man staunt ja nur noch, dieser strikte Lockdown, den gibt es nicht mehr. Und Gavin Newsom, das ist der Gouverneur, der hat Anfang der Woche gesagt, der Bundesstaat habe seinen Kampf gegen die herausforderndste Welle der Corona-Pandemie hinter sich. Daher würden die bislang geltenden Ausgangssperren aufgehoben. Damit werde es den Bürgern etwa wieder möglich sein, zum Friseur oder abends zum Essen auszugehen. Und Andreas, für mich klingt das ja fast wie, wow, kaum ist Joe Biden an der Regierung, schon macht das Land auf und die Menschen werden wieder glücklich. Ja, man fragt sich manchmal, wie unterirdisch das vom Level so abläuft, wenn man dann sich vorstellt, dass viele Menschen dann glauben, dass dann eventuell durch Joe Biden sich die gesamte Lage der Pandemie automatisch verbessert hat. Es ist wirklich unglaublich, auf welchem Level sich diese Welt bewegt, mit welchen offensichtlichen Methoden man hier eine ganze Welt steuern kann. Also das macht mir natürlich schon Gedanken, was die Menschheit insgesamt und ihren Geisteszustand anbelangt. Und genau das ist der Punkt, weil die Verstandesherrschaft, die wir haben, hat den Geist dermaßen eliminiert, dass die Menschen große Schwierigkeiten haben, ihre Empfindung noch überhaupt zu erahnen, geschweige denn einzusetzen. Und genau da liegt der Schwerpunkt natürlich auch aus unserer Sicht, das wieder zu aktivieren. Ja, und als eine der Begründungen für die Öffnung Kaliforniens, die sofortige Öffnung, wird angeführt, dass die Schulen wieder geöffnet werden müssten, die bereits seit März vergangenen Jahres geschlossen sind, aus Sorge um eine Zunahme der Suizide von Schülern, die dort beobachtet worden sind, genauso wie auf der ganzen Welt. Tja, und das ist natürlich dann auch eine edle Begründung, wo man sich wirklich als Freund des Systems herstellt, dass diese jungen Menschen alle schon sterben mussten. Und das sind wohl eine ganze Menge, warte mal, das wurde auch geschrieben, seit der Schulschließung hätten 19 Jugendliche Suizid begangen, doppelt so viel wie im vorausgegangenen Schuljahr. Also es ist zum ersten Mal, dass ich überhaupt lese, dass in irgendeinem Land diskutiert wird über das Wohl der Menschen, über die vielen alten Menschen, die ohne Trost, ohne Berührung, ohne Kontakt zu ihren Kindern und Enkelkindern allein gelassen werden. Über die habe ich, ja, Frau Merkel hat einmal in einer Pressekonferenz gesagt, es bricht ihr das Herz. Und damit war der Fall für Sie jedenfalls öffentlich, weitgehend erledigt. Aber das ist ja wohl aus meiner Sicht, Andreas, das größte, das allergrößte Problem dieser, in Anführung, Pandemie, dass, wie man so schön sagt, die Kollateralschäden extremst zugenommen haben. Naja, wir dürfen nicht vergessen, dass Frau Merkel jetzt als Beispiel ganz klar geprägt wurde in ihrer Jugend durch die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands im Rahmen der Diktatur des Proletariats, also der DDR, also einem sozialistischen System. Da darf man sich nicht wundern, dann, wenn dann solche Dinge natürlich kommen. Während Donald Trump natürlich ganz anders war, nämlich aus der freien Unternehmerschaft gekommen ist. Und Donald Trump hat sich permanent in den letzten Jahren über die Menschen ausgelassen und hat gesagt, wir dürfen das nicht mehr. Wir müssen die Restaurants wieder aufmachen. Wir zerstören den Mittelstand. Wir zerstören die gesamten Unternehmen. Und damit hat er natürlich sich permanent für die Menschen eingesetzt. Aber er wurde schlicht und ergreifend blockiert. Und er alleine als David gegen Goliath, und Goliath ist in diesem Fall der Deep State und deren führenden Strukturen im Hintergrund, haben wir lange drüber geredet, dagegen kommt er eben halt nicht an. Und jetzt wird eben der Hebel umgelegt. Ganz einfach, weil der Richtige jetzt an der vermeintlichen Macht ist. Wie lange wird man sehen? Ich bin ja immer noch gespannt, was mit Frau Harris passiert, die natürlich in den Startlöchern sitzt, aus meiner Sicht. Von der hört man momentan ganz wenig, was mich viel mehr nachdenklich macht. Ja, und wir wissen ja, dass zu der Amtseinführung Joe Bidens am 20. Januar, dieser Tag ist ja jetzt auch ein Feiertag in den USA geworden, den hat Joe Biden als Nationalfeiertag erhoben, seinen Amtseintritt. Da waren 25.000 oder sogar 26.000 Nationalgardisten in Washington, haben das militärisch verbarrikadiert, alles hermetisch abgeriegelt. Man fragt sich bis heute, wofür das alles. Angeblich, weil man Unruhen von Seiten des Trump-Lagers erwartet hatte, wohingegen nichts passiert ist. Und Medienberichten zufolge sollen bis zu 5.000 dieser Nationalgardisten noch bis in den März hinein dort bleiben und die Hauptstadt vor möglichen Übergriffen schützen. Allerdings, so meldet, wer hat das hier gemeldet? Russia Today. Allerdings heißt es hier, leben die Soldaten dort unter mehr als prekären Umständen. Und da heißt es, die Soldaten hätten trotz der möglicherweise bestehenden Gefährdung nur wenige Informationen über die Verlängerung ihres Einsatzes erhalten. Viele fragen sich, warum sie weiterhin im Einsatz seien und warum kriegsähnliche Bedingungen in der Hauptstadt des Landes ohne eine klare Mission andauern. Mehrere Einheiten der Nationalgarde müssten ihre Einsätze unfreiwillig zeitlich ausweiten, wobei aber die Mehrheit der Soldaten in Washington dies auf freiwilliger Basis täte. Man stützt sich hier auf einen Bericht von Politico. Trump könnte durch das nachträgliche Amtsenthebungsverfahren im Senat im Falle seiner Verurteilung hieß es hier, das war ein Artikel von gestern, mit einer lebenslangen Ämtersperre auf Bundesebene belegt werden. Dazu kommt es jetzt wahrscheinlich nicht. Also sind ja eigentlich Bedenken über mögliche Unruhen obsolet. Es heißt, es geht um den 4. März, nachdem, also das soll das Datum sein, von dem einige QAnon-Verschwörungstheoretiker ernsthaft glauben, heißt es in dem Artikel, dass Trump dann zum zweiten Mal als Präsident vereidigt werde. Da heißt es, es gibt keine definierte Situation oder Leitlinie. Das sagte ein Mitglied der Nationalgarde, das bereits zweimal nach Afghanistan entsandt wurde. Er sagt, das ist für jede militärische Mission sehr ungewöhnlich. In der Regel wird uns ein Lagebild mit einem definierten Missionsumfang und zumindest einen vorläufigen Plan zur Umsetzung dieser Ziele gegeben. Andreas hältst du es für vorstellbar, wenn also QAnon, Verschwörungstheoretiker, davon sprechen, dass Trump wiederkommt, was sich für mich in keiner Weise im Moment erschließt, aus welchem Grund das sein könnte. Aber offenbar scheint man das ja da ernst zu nehmen. Ja, also aus welchem Grunde sollte er jetzt nach Washington kommen, wäre ja schön blöd. Der kann ja von Florida aus weitaus mehr bewirken für sein Land mit seinen Strukturen, die er hat und im Rahmen von virtuellen Konferenzen. Die sind ja jederzeit möglich, um sich dann mit den Dingen auseinanderzusetzen. Nein, ich habe so eher die Vermutung, dass man Angst hat vor einer Meuterei innerhalb der Armee. Denn die Armee wird mit Sicherheit nicht so wahnsinnig glücklich sein. Armeeangehörige sind meistens relativ patriotisch aufgestellt. Und wenn jetzt tatsächlich eine Übernahme stattfindet des Weißen Hauses durch eine schwer umstrittene Wahl, um es mal so auszudrücken, und jetzt dieser neue sogenannte Präsident sich im Militär einhüllt, das erinnert mich natürlich mehr an die Diktaturen, die man eigentlich immer aus der westlichen Welt angegriffen hat. Und mittlerweile entwickelt sich da Washington DC wirklich zu einem Militärregime, zu einer Runter, die dahinter steht. Das erinnert mich eigentlich mehr an eine Runterübernahme, einer Übernahme, wie sie, was weiß ich, in Paraguay oder sowas stattfindet in Ab und Zu oder immer wieder angeleiert wird. Also das sind schon Methoden, die man von einem Industriestaat nicht erwartet. Ich habe das Gefühl, man hat Angst vor der Armee und wird jetzt ausgesprochene Menschen. Ich denke auch, dass China dahinter steht. Es waren viele auch Armeeangehörige sichtbar, die optisch der Ethne der Chinesen angehörten. Und auch da könnten natürlich dann Verschwörungstheorien aufgehen. Das ist natürlich noch kein Beweis dafür, aber es sind Indizien, die ich momentan sehr genau beobachte. Oh, da werden wir noch einiges von dir zu hören bekommen. Ja, Politico berichtet auch, dass die Moral unter den Truppen dort niedrig sei. Sie müssten stundenlang in voller Ausrüstung einsatzbereit bleiben, mit begrenztem Zugang zu Nahrung und Wasser. Außerdem müssten sie stundenlang darauf warten, zu und von ihren Hotels transportiert zu werden. Viele würden ihre Socken und Unterwäsche im Waschbecken des Hotels waschen müssen, weil sie keinen Zugang zu Wäschereien hätten. Einige Soldaten seien sogar gezwungen worden, ihre Lebensmittel aus eigener Tasche zu bezahlen, da die spärlichen Mahlzeiten, die ihnen zur Verfügung gestellt worden seien, nicht genug Kalorien enthalten, um die langen Tage durchzustehen. Darüber hinaus kämpft die Nationalgarde gerade damit, Covid einzudämmen, ohne dass ein klares Regime dafür konzipiert wurde und so weiter und so weiter. Also am Ende kann man ja auch sagen, dass man diese Soldaten nicht gut behandelt und es schon tatsächlich, wie du sagst, Andreas, wirklich merkwürdige Zustände sind. Also ich sehe, das ist ganz im Interesse der chinesischen kommunistischen Partei. Denn diese, was wir gesagt haben, mit sich selbst Beschäftigung in USA, in dem die gesamten Ressourcen an Militär, Nationalgarde und so weiter und so fort aufbaut, QAnon, alles diese ganzen Dinge, dann kommt Black Lives Matter, dann kommt die Antifa und all diese Gruppierungen, die führen natürlich zu einer weiteren Erosion der Struktur in USA. Und das passt natürlich dem neuen Wirtschaftsstandort Fernost in China natürlich außerordentlich gut. Wenn der größte Wirtschaftsstandort der Welt und das ist noch die USA, das sind noch die USA, dann passt das natürlich hervorragend ins Spiel. So und jetzt gibt es auch erste Ergebnisse und Stellungnahmen zu den neuen Gesetzänderungen, die Joe Biden sofort bei Amtsantritt vorgenommen hat, also zum Beispiel zum Thema Abschiebestopp und offene Grenzen. Inzwischen warnen Experten vor Einwanderung mit pandemischem Gesundheitsrisiko. Also das heißt, Biden hatte ja Trumps Migrationspolitik sofort einen Riegel vorgeschoben und während eines hunderttägigen Abschiebestopps für illegale Migranten wurde auch das Bleib-in-Mexiko-Programm aufgehoben. Also das heißt, keine Abschiebestopps mehr, alle dürfen bleiben. Experten warnen wirklich vor Verbrechen auch und vor einer Massenwanderung. Der ehemalige US-Zoll- und Grenzschutzkommissar Mark Mogan beschuldigte US-Präsident Biden gegenüber Breitbart, dass er das Land mit einem Federstrich in nur wenigen Stunden nach seiner Amtsübernahme unsicher gemacht habe. Wörtlich sagt er, schauen Sie, ich weiß, was unser Team dem Übergangsteam gesagt hat. Ich kenne die Fakten und Daten und Analysen, die zur Verfügung gestellt wurden. Ich weiß, was sie ihnen sagten und gaben. Die zeigten, dass die Mauer funktioniert, die Mauer, die Trump hergestellt oder eingerichtet hatte. Er sei erstaunt gewesen, wie schnell das Übergangsteam zu der neuen Politik übergegangen sei, ohne überhaupt erst mit den Experten der Zoll- und Grenzschutzbehörde über die möglichen Auswirkungen gesprochen zu haben. Und er nahm Bezug auf die Beendigung des Migrantenschutzprogramms, auch bekannt als das Bleib in Mexiko Programm, welches laut Breitbart Texas zu einem 92-prozentigen Rückgang der illegalen Migration über die mexikanische Grenze geführt hatte. Kann sich ja nur jeder wünschen. Vorher durfte jeder Migrant die Grenze zu den USA passieren, sobald er ein Kind dabei hatte. Allerdings musste man sich umgehend nach der Einreise bei den Behörden melden, um Asyl zu beantragen. Die meisten wurden dort nie gesehen. Das am 19. Januar 2019, also vor zwei Jahren in Kraft getretene Bleib in Mexiko durch Trump sah vor, dass Familien erst in Mexiko Asyl beantragen mussten, bevor sie in die USA einreisen konnten. Und das ist es, wovon wir die ganze Zeit gesagt haben, dass es das gefährlichste sei, von dem, was er abschaffen wollte und es gleich am allerersten Tag gemacht hat. Ja, und eine Woche vor Amtsantritt Joe Bidens hatten sich erneut tausende Migranten auf den Weg in die USA gemacht. An der Grenze zu Guatemala versuchten Polizisten Karawanen aus Honduras aufzuhalten und das sei eben schon laut morgen eine direkte Folge von Bidens Strategie der offenen Grenzen. Und das Ganze bringen natürlich jetzt auch gesundheitliche Risiken mit sich, denn es gibt bei den illegalen Einwanderern natürlich niemanden, der sie auf Covid-19 testet und dieses Problem nimmt man ja in der ganzen Welt vor allem beim Great Reset im WEF sehr ernst, nämlich dass niemand den anderen anstecken darf und deswegen hoch beeinflussende Lockdown Maßnahmen weltweit über die Menschheit verhängt wurden, aber in diesem Fall scheint das offenbar keine Gefahr zu sein. Naja, wenn wir wissen, dass wir, ich muss da nochmal wiederholen, das chinesische aufkommende Imperium ein großes Interesse hat, die USA zu destabilisieren und wir wissen, dass ein Joe Biden mit sehr starken Verbindungen direkt zur kommunistischen Partei gesegnet ist und dass da Millionen und wer weiß wie viele hunderte Millionen da den Besitzer wechselten mit seinem Sohn gemeinsam und da bestimmte Machenschaften leider gerichtlich nicht wirklich geklärt werden, dann wundert es einem nicht, wenn diese Rechtsstaatlichkeit, die Donald Trump eingeführt hat, wieder zurückgenommen wird. Denn das, was dort stattfindet, dass Donald Trump gesagt hat, jeder, der nach Mexiko kommt, die kommen ja aus Südamerika und kommen jetzt nach Mexiko oder in die der vorherigen Länder in Costa Rica und wie die allein Nicaragua und so weiter, das sind ja alles die Länder, die da vorgeschaltet sind, wer auswandert, der muss eben halt logischerweise in dem Land, in das er einwandert, dort seinen Asylantrag stellen. Und das müsste dann in Mexiko stattfinden. Und wenn jetzt eben der Joe Biden sagt, nein, nein, die können jetzt durchwandern, direkt in den USA, dann macht er genau das Gleiche, was Frau Merkel gemacht hat. Wenn Leute zum Beispiel eingewandert sind aus Syrien zu Fuß nach Slowenien und von Slowenien dann nach Österreich, dann hätten sie bereits in Slowenien ihren Asylantrag stellen müssen, dann spätestens eben halt in Österreich, aber man hat sie durchlaufen lassen nach Deutschland, um dort den Asylantrag zu stellen. Das verstößt gegen internationales Recht und auch gegen die Genfer Flüchtlings Konventionen. Und das ist wichtig, dass das stattfindet hier, nämlich ein Rechtsbruch, völkerrechtliche Brüche, die stattfinden. Und das macht jetzt Joe Biden auch. Die Destabilisierung der USA laufen damit natürlich voran, wie wir es eben halt auf anderer Ebene gerade gesehen haben, mit der Nationalgarde in Washington und und und. Interessant ist dabei, dass ja sowohl die USA als die EU, Deutschland, aber auch übrigens Kanada, die Einreisebeschränkungen, die Reisebeschränkungen erweitern. Auch hier habe ich gerade für Kanada gesehen, wird also angekündigt, es wird strenger werden mit den Einreisen. Es ist schon streng, aber es wird wohl noch strenger gezogen werden. Und dass tatsächlich auf dieser Ebene höchstes Augenmerk darauf gelegt wird, dass niemand unkontrolliert und ungetestet irgendeine Grenze überschreiten darf. Also in Kanada sind es ja sogar die Provinzen, wo man nicht von einer mehr in die andere fahren kann. Lediglich hier die vier maritimen Provinzen haben noch die Möglichkeit, untereinander zu reisen. Aber das Gleiche ist ja auch in Deutschland der Fall. Angela Merkel, die seit 2015 als deutsche Bundeskanzlerin erlassen hat, dass die Grenzen bedingungslos geöffnet werden, für alle Migranten eben auch Illegale. Der damalige Verfassungsschutz Präsident Hans-Georg Maaßen hatte mehrfach davor gewarnt, dass eben unter anderem auch Hunderte IS-Terroristen mit eingereist sind und von dort aus ihre Netzwerke aufgebaut haben. All das offenbar stört nicht und auch in Deutschland ist es ja jetzt so, dass die Grenzen massiv, da kommen wir aber gleich noch drauf, geschlossen werden sollen, Reisebeschränkungen erlassen werden, die gen null gehen, aber für die Migranten eben alles nicht zu gelten scheint. Andreas, die internationale Arbeitsorganisation ILO hat sich gemeldet und sagt, die Effekte auf den Weltarbeitsmarkt sind durch die Mikrobe viel schlimmer als die Finanzkrise und es heißt, also am Montag haben die vorgerechnet, dass im vergangenen Jahr 8,8 Prozent der weltweiten Arbeitsstunden ausfielen. Das sei so viel wie knapp eine Viertel Milliarde Vollzeitstellen. Der Rückgang ist demnach etwa viermal größer als der Verlust während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 und das sei die größte Krise für die Arbeit weltweit seit der großen Depression in den 1930er Jahren. Irgendwie erinnert mich das an das, was du vor einem knappen Jahr schon gesagt hast. Ja, also das ist ganz logisch. Was interessant schlimmer ist als die Finanzkrise. Die Finanzkrise ist überhaupt nicht schlimm. Die Finanzkrise ist eine logisch abzuleitende Situation aus einer falsch angelegten Architektur, was alle wussten. Man hätte diese Finanzkrise schon 2008 oder in Jahren 2000, als wir schon mal einen Crash hatten, nach dem sogenannten neuen Markt und so weiter, hätte man das alles schon regeln können und auch noch viel, viel früher. Das hat man aber nicht getat, weil man andere Zwecke verfolgte, die nämlich dazu führten, in dem wir heute nämlich sind und was wir heute im World Economic Forum erleben. Das ist ja von langer Hand alles letztendlich angelegt. Nein, das, was hier stattfindet, ist, dass die Arbeitsplätze herhalten müssen, um ein Finanzsystem, welches nicht zu stabilisieren ist, auch nicht rettbar ist. Das weiß jeder, der eins und eins zusammenzählen kann im Bereich der Finanz- und Währungspolitik, der weiß, wie Geldschöpfung funktioniert und so weiter. Das ist eine logische Konsequenz. Nein, es ist einfach nur ein neuer Schritt, der eingeleitet wird und es ist schade, dass man das dann so feststellt, nach dem Motto, für die Arbeitnehmer ist das alles noch viel schlimmer, denn damit wird das gegenüber gestellt. Was ist eigentlich schlimmer, das eine oder das andere? Das eine ist normal und gegen die Wand fahren lässt, die man falsch ausgebildet hat, die die Zusammenhänge nicht verstanden haben und so weiter und die dann plötzlich vor dem Aus stehen. Ja, wie es hier heißt, sind vor allem junge Menschen und Frauen stark betroffen, was ein Wunder, Arbeits- und Jobverlust trifft, laut sind und übernehmen in größerem Maße die Betreuung von Kindern, die nicht zur Schule gehen dürfen und junge Menschen haben es eben besonders schwer, wenn sie gerade ins Arbeitsleben eintreten. Viele hätten dies in der Corona-Krise aufgegeben, heißt es. Das Risiko einer verlorenen Generation ist real. Ja, und damit hat man natürlich das Potenzial geschaffen und die Ressourcen für Menschen, die man dogmatisch abrichten kann, sagt, wir geben euch wieder die Geborgenheit, die Heimat und das Selbstbewusstsein, schließt euch an und dann steht da Black Lives Matter, Antifa und Klimapolitik und so weiter und so fort und schon hat man auch eine neue Generation kurz vor der Abrichtung geschaffen. Ja, und diese übrigens diese Meldung hier stammt von dem Portal der Wiener Zeitung, der österreichischen und wir hatten vorher ja auch gesprochen über die über die Thematik was Joe Bidens Politik angeht, die Migranten Politik, das war ein Artikel der Epoch Times, das möchte ich doch immer wieder der guten Ordnung halber dazu sagen, denn die Kollegen geben sich viel Mühe bei ihren Recherchen, berichten anders, hängen sich oft weit aus dem Fenster und geraten auch in den Verdacht der Verschwörer, nicht die Wiener Zeitung unbedingt, aber die Epoch Times. Ja und wir kommen mal zu den, ich sehe gerade eine aktuelle Meldung, das Trinkwasser in Aachen ist mit Bakterien verunreinigt, die Einwohner müssen ihr Wasser jetzt abkochen, die Ursache ansonsten ist noch unklar, wie das da hineingekommen ist und immer wieder sei geraten zur Vorsorge, Krisenvorsorge, ihr hört es selbst beim WEF wird jetzt ganz offen darüber diskutiert, was Frau, wie heißt unsere Landwirtschaftsminister? Klöckner. Frau Klöckner. Ja, die Frau Klöckner noch vor wenigen Monaten als Verschwörungstheorie abgetan hat und auch die Regierung gewarnt hatte vor solchen Verschwörungstheorien. All das wird wahr, all das wird jetzt umgesetzt, es wird eng mit der Versorgung im Moment geht es noch, aber jeder Tag, der ins Land geht, wird ein bisschen schwieriger und deswegen, wer kann, soll vorsorgen, es gibt ja auch Wasser, das man kaufen kann und lagern kann, was wichtig ist, ist ein Wasserfilter, dass man auch Regenwasser oder Pfützenwasser oder Flusswasser oder Seewasser eben zu Trinkwasser umfunktionieren kann und ja und Eigenvorsorge wir fangen jetzt an ich werde mal so in den nächsten Tagen ich hatte es schon mal angekündigt aber das geht dann ab nächster Woche los werden wir uns um das Thema Eigenversorgung noch ein bisschen kümmern wie man ansehen kann mit gutem Saatgut eben auch mit möglichst altem Saatgut das noch durchaus zu haben ist dass man sich sein Gemüse selber anbaut ja und Frau Merkel die deutsche Bundeskanzlerin hat in den letzten zwei Tagen auf sich aufmerksam gemacht die Nerven liegen offenbar blank bei allen möglichen Konferenzen ob sie virtuell oder persönlich sind ob es mit ihren Beratern ist oder mit den Ministerpräsidenten es wird gestritten auf Teufel komm raus und Frau Merkel hat wohl zwischendurch auch die Nerven verloren die Bild Zeitung hatte gestern das mal in knappen Sätzen zusammengefasst ich möchte euch das wiedergeben weil so ungefähr war es wirklich also es heißt Merkel hat in Geheimsitzungen gesagt warum können wir die Reisen nicht verbieten und die Bild Zeitung hat dann gefragt was plant die Kanzlerin wirklich es ging um eine interne Videoschalte der Unionsfraktionschefs von Bund und Ländern und da hat Frau Merkel ihre Strategie zur Eindämmung der Pandemie eben offenbart die Bild spricht von einem Kontrollverlust wörtlich hat sie gesagt uns ist das Ding entglitten oder wir müssen auf eine Inzidenz unter 50 kommen aber jetzt freuen sich alle wenn wir unter 200 sind und wir müssen noch strenger werden sonst sind wir in 14 Tagen wieder da wo wir waren und wörtlich das ist alles furchtbar man nennt es Naturkatastrophe sie spricht dann auch davon dass die Gesundheitsämter keine Fähigkeit mehr haben zur Kontaktverfolgung und dass das natürlich viele Probleme aufwerfe die Ämter wurden im November verpflichtet zur Einführung einer einheitlichen Software aber nur ein Drittel sind bisher an das System angebunden es gebe viele Ausreden das Ganze läuft unter der Überschrift Behörden Versagen und Frau Merkel sagt ganz klar wir leben durch die Viren Mutationen auf einem Pulverfass ja also das ist natürlich gewaltig was die Genossin Merkel da so von sich gibt ich hätte das eher auch von einem Erich Honecker erwartet denn hier werden natürlich auch Ursache und Wirkung durcheinander gebracht und vor allem in der Wirkung die Auswirkung das ist viel wichtiger sie spricht eben halt wieder von dieser Problematik die ich vorhin ansprach dass Linearfunktionen eben in Exponentialfunktionen umsteigen können und sie spricht dann von Inzidenzwerten von 50 200 früher gab es mal den R-Wert nun von 07 08 09 die meisten kennen den R-Wert gar nicht mehr weil das schon wieder vorbei ist der ist aber mittlerweile so tief dass man damit nicht mehr durchkommt deshalb musste man ja neue Werte entwickeln und wenn der weg ist dann kommt wieder ein neuer Wert oder es kommt wieder eine Mutation um die Ecke geschoben gerade zufällig wie man es gerade braucht es ist alles so übersichtlich und auch erklärbar wie das läuft das entscheidende ist selbst wenn die Infektion exponentiell verläuft wir haben keine schweren Krankheitsverläufe worüber wir eigentlich mal reden sollten sind die Krankheitsverläufe und die Schäden von den Geimpften im Rahmen der Nebenwirkungen aber davon hört man gar nichts außer dass wenn da mehrere Menschen sterben nach der Impfung und wir wissen gar nicht wie lange solche Nebenwirkungen noch unter der Decke bleiben können bevor sie überhaupt auftreten man weiß nur eines man macht einen gigantischen Druck dass möglichst ganz viele geimpft werden da muss doch irgendwann mal so ein bisschen der wir kennen die Zusammenhänge es wird immer wieder die alte Leia wiederholt aber damit wird sie trotzdem nicht wahrer Es gibt viele Experten auf der ganzen Welt die so viele Argumente gegen Lockdown Maßnahmen haben die das sagen was du gerade auch angesprochen hast nämlich dass es viel weniger sogenannte Corona Tote gibt als in Wahrheit veröffentlicht dass ja nahezu jeder der das Virus hatte aber eine völlig andere Krankheit hatte dass der als Corona Toter gezählt wird wir haben hier unendlich viele Beispiele aus allen möglichen Ländern angeführt die im Laufe der letzten Monate gezeigt haben dass völlig falsch gezählt wird auch die es ist gerade wieder ein Artikel erschienen bei Sputnik News da heißt es in der Überschrift 20 statt 1113 Todesfälle Milliarden schwere Lockdowns laut Forscher mit falschem Bild beschlossen und dann heißt es hier mehr als 50.000 Menschen sind in Deutschland an oder mit Corona gestorben doch wann genau der Mediziner Bertram Häusler vom Gesundheitsforschungsinstitut IGES attackiert in einem Interview einen erheblichen Verzug bei der Übermittlung der Sterbezahlen Ein verzerrtes Bild werde zur Rechtfertigung für politische Entscheidungen ins Feld geführt wieder einmal ein solches Beispiel Ja und hier werden die ideologischen Strukturen und Muster eben weiter gesponnen wie wir es gerade auch schon gehabt haben wenn wir wissen dass ein nicht unerheblicher Teil aller Menschen unter einem Magengeschwür leiden und die Menschen die sterben und ich würde dann feststellen sie hatten ein Magengeschwür dann kann ich eben halt sagen an oder mit einem Magengeschwür gestorben aber das sagt ja alles überhaupt nichts aus es geht nicht darum ob mit es geht nur um an das heißt die Frage ist es ist völlig unwichtig zu behaupten dass jemand mit gestorben ist weil ausschließlich nur an Corona wichtig ist ein schönes Beispiel was du gebracht hast also ich stelle mir vor da ist ein Mann und der hat ein Magengeschwür wird daran auch behandelt und der hat einen Autounfall und stirbt dabei dann fragt doch kein Mensch nach diesem Magengeschwür sondern es heißt der hat einen Unfall tot gehabt richtig aber wenn man jetzt das nehmen würde könnte man relativ schnell feststellen dass wir eine gigantische Todesfallrate haben an und durch Magengeschwüre erstaunlich diese Magengeschwüre immer ja aber genau so funktioniert die Corona systemat Statistiken also man muss wirklich eine Sache immer wiederholen ihr Lieben das ist wirklich hier die letzte Stunde der alten Zeit man schaut auf Verwirrtheit und das heißt nicht umsonst auch im alten Testament bei Jesaja ich weiß ihr habt es schon öfter wiederholt aber man sollte es auch im Kopf behalten beschließt einen Rat und es werde nichts draus fasst einen Plan und er kommt nicht zustande denn hier ist Immanuel das heißt Gott mit uns das ist eine Aussage bei Jesaja 8 betreffend das jüngste Gericht in dem wir aus unserer Sicht zweifellos uns befinden und es gibt ja auch durchaus Informationen darüber dass sogenannte Eliten die eben die Welt gerade umstellen sogar der Meinung sind dass sie beauftragt sind vom Höchsten das jüngste Gericht abzuarbeiten und wenn man die Johannes Offenbarung oder Jesaja liest dann findet man ja vieles was tatsächlich derzeit eins zu eins umgesetzt wird Andreas das ist ja das spannende also es gibt da offenbar tatsächlich ein paar okkulte religiöse Programme ich will da gar nicht tiefer reingehen aber die offenbar diesen Plan gerade hier vor sich haben und ihn abarbeiten ja an der stelle möchte ich gerne mal noch auf ein interview hinweisen welches mal gemacht wurde schon vor langer zeit zwischen dem historiker professor michael vogt und den historiker wolfgang eggert wolfgang eggert aus münchen der sich mit dem thema auseinander gesetzt hat das findet ihr in youtube unter dem begriff du stellst es ein erst man hätt dann berlin und wenn man sich damit auseinandersetzt und dann auch versucht diese okkulten dinge einfach mal zuzulassen ob sie denn überhaupt möglich wären und nicht nur einfach als verschwörungstheorie abzutun denn mit dem begriff verschwörungstheorie kann man sofort jemanden dazu bringen zu sagen brauchst du dich nicht mit beschäftigen der ist verschwörungstheoretiker sondern es einfach mal zulassen dann kommt man plötzlich zu gewaltigen erkenntnissen was noch spannender wird wenn man sich die sachen im lichte der wahrheit betrachtet denn erst dann ich habe das früher damals gesehen mit michael mit wie dann diese geschichte dargestellt wurde dann war es ja doch fast so ein bisschen ein aussichtsloses unterfangen wenn man aber dann abdroschien gelesen hat im lichte der wahrheit dann erkennt man auch den großen zusammenhang und kann das gesamte bild erkennen woraus man dann auch den weg ableiten kann auf dem wir uns gerade befinden und das was wir gerade hier haben ist nämlich genau der richtige Weg in Richtung des Lichtes und das Licht geht am Horizont auf und wir sehen das gerade unter einem blauen Himmel und einem strahlenblauen See es ist wirklich fantastisch das sind die Momente in denen man auch in die Demut kommen kann aber das kann man auch haben bei einem kleinen Grashalm der zwischen zwei Steinplatten herauswächst dass man diese Demut plötzlich für der Natur und vor dieser Kraft der Natur hat die dort eben halt permanent vor unseren Augen statt finden und wenn wir das eben wieder erleben dann kommen wir auch wieder in eine Größenordnung die Zusammenhänge geistig in Verbindung mit unserem Verstand als Werkzeug aufzunehmen zu verarbeiten und vor allem aus jegdwieder Angst zu kommen Angst ist das letzte was wir brauchen Ruhe bewahren Überblick verschaffen seine Probleme lösen alles was zu lösen ist materiell sachlich finanziell und vor allem auch geistig sich richtig auszurichten so ich habe das Interview jetzt eingestellt das heißt ihr findet das vor unserem Podcast kurz vorher ist wirklich empfehlenswert ja nochmal zu der deutschen Bundeskanzlerin zurück zu kommen sie hat also dann auch geäußert was ist mit deutschen die reisen hundert mal habe ich die Frage in den runden gestellt warum können wir die reisen nicht verbieten dann bekomme ich immer wieder auf die ehemalige ddr bürger gemünzte antwort dass wir ein freies land sind man kann zwar 15 kilometer sperrzone einführen aber es ist schwer reisen in die welt zu verbieten und sie sagt man kann nur reisen unattraktiv unangenehm machen etwa durch Quarantäne und weiterhin hat sie den Vorwurf erhoben Weihnachten sind jeden Tag 50.000 Leute auf die Kanaren und die Malediven geflogen wir müssen den Flugverkehr so ausdünnen dass man nirgendwo mehr hinkommt das habe ich auch Horst Seehofer versucht zu erklären dass er das prüft dann wird zwar die Lufthansa demonstrieren aber der Schaden ist so groß wir brauchen ein härteres Grenzregime das hätte ich mir gewünscht wenn sie das vor ein paar Jahren gesagt hat aber hat sie nicht und die Öffnungen Mitte Februar sind nicht gesichert im Jahr 2015 wäre es wirklich angebracht zu wissen sich darauf sich zu besinnen dass wir Grenzen haben die man schützen muss nach innen und nach außen zumindest wenn es um kriminelle Elemente geht oder sonstige Dinge das fand nicht statt hier wird die Forderung tatsächlich laut einer neuen DDR die die Bundesrepublik jetzt vereinnahmt das heißt offenbar ist jetzt die BRD der DDR zugetreten beigetreten und das macht natürlich jetzt schon ein deutliches Bild und wenn die Lufthansa auf die Barrikaden geht gar kein Problem wird sie umfunktioniert in eine Interflug BRD und dann fliegen die eben nur noch intern und dann auch noch mit den Staatsgenossen und mit den entsprechenden Führern die wir dann wieder brauchen um das System der Diktatur des Proletariats wieder aufzubauen wir nennen es jetzt Stakeholder Capitalism sag noch mal Stakeholder Capitalism das klingt richtig gut wie du das kannst ja fast so gut wie Klaus Schwab denn sein Englisch ist ungefähr genauso in seiner Aussprache er sagt immer the great reset the great reset the great reset aber wir wollen uns hier nicht lustig machen das tut man nämlich nicht und das kommt nur als Karma auf einen selbst zurück also alles wieder neutralisiert ja in Berlin haben sich die Bauern zusammengefunden und zwar tausende sind seit Tagen auf dem Weg auf ihren Treckern um zu demonstrieren und sie kommen aus allen Teilen der Republik und haben die Proteste gestern dort begonnen mit einer Mahnwache vor dem Landwirtschafts Landwirtschaftsministerium inklusive der Übergabe eines Forderungskatalogs der deutschen Landwirtschaft an die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und warum sind die Bauern in die Hauptstadt gefahren sie sind mit den Treckern lange lange Tage unterwegs gewesen und sie protestieren gegen die systematische Zerstörung der Landwirtschaft und wollen sich vor allem dafür einsetzen dass wir nicht in Abhängigkeiten von Importen kommen die Importe die nach Deutschland eingeführt werden sind nach niedrigeren Qualitätsstandards erzeugt im Gegensatz zu den Standards unserer deutschen Landwirte die auf absolutem Weltspitzenniveau produzieren es geht also um die verfehlte Agrarpolitik der Bundesregierung und der EU der letzten Jahre die ohne jeglichen Praxisbezug Verordnungen erlassen hat ich will gerade mal gucken Metropol News hat das veröffentlicht allen voran die Düngeverordnung im vergangenen Jahr und wie jetzt auch bei der Corona Pandemie so wurde damals auf der Basis von falschen Messwerten und ohne jegliche parlamentarische Verfahren entschieden ja es ist wirklich ein bisschen ermächtigungsmäßig was da so alles passiert auf jeden Fall sind die erlassenen sonstigen Verordnungen für die Aufrechterhaltung der Grundversorgung und der bäuerlichen Strukturen der ländlichen Räume im Umwelt- und Tierschutzbereich nicht ausgewogen sagen sie die deutsche Politik geht in diesen Themenbereichen seit Jahren an der Realität an der Lebenswirklichkeit unseres Landes vorbei und es geht jetzt nicht darum dass die Bauern unbedingt mehr Geld verdienen wollen sie wollen nur eine gerechte Entlohnung und diese gerechte Entlohnung muss sein und muss auch eine Diskussion über die erlassenen Verordnungen im landwirtschaftlichen Bereich erlauben und es wird jeder aufgefordert sich anzuschließen wenn man kommt soll man nach Berlin kommen ich hatte das gestern schon eingestellt die Bauern für uns wir für die Bauern so heißt das Schlagwort darunter findet man es auch im Internet ja ich stimme diesen Bauernverbänden da wirklich vollumfänglich zu möchte ich ganz deutlich sagen auch wenn das nicht besonders modern ist weil die Bauern gelten also relativ oft unter den Normalbürgern als diejenigen die sich ständig beschweren und mal über schlechtes Wetter oder zu gutes sich aufregen also mehr oder weniger die Dauermoser das ist nicht richtig der Begriff Adel kommt von Edel und das war mal im alten Germanien die Edelen die Adeligen das waren die Leistungsträger die Hauptleistungsträger in einem Dorf und das waren einmal die Bauern und das waren die Handwerker und für die möchte ich hier ganz deutlich eine Lanze brechen die Bauern haben dafür gesorgt dass in dem Dorf genügend zu Essen war der hat dafür gesorgt dass die regionalen Strukturen der Nahrungsmittel Versorgung aufrechterhalten waren das war ein ganz wichtiger Punkt und die Handwerker die quasi sogar ihre Werkstücke begreifbar machten hatten eben genauso einen hohen Wert und das war wichtig und wenn wir eines erkennen dass wir was wir gerade interessanterweise gesprochen hatten vor zwei Tagen wir große Stilllegungsflächen haben in Deutschland und wir stattdessen genmanipulierte bestrahlte Nahrung tatsächlich mit LKWs also mit hohen Dieselanteilen belasteten Gemüsesorten durch die gesamte Welt fahren mit Flugzeugen und so weiter völlig absurd während wir in der Lage sind in Deutschland uns komplett selbst zu ernähren und sogar die umliegenden Länder noch mit zu versorgen das findet nicht statt da wird es dann eben halt klar in welche Richtung es geht es müsste noch weiter gehen wir müssten raus aus dieser konventionellen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung mit allen möglichen Mitteln wie Monsanto und so weiter mit diesen ganzen Dingen diese ganzen Konzernen das sind auch die Nichtregierungsorganisation die dahinter stehen dass man damit endlich aufhört und wieder zu einer natürlichen Situation zurückkommt das wäre ein Great Reset wie er übrigens auch im Plan B wieder gespiegelt wird und das wäre die richtige Lage und nicht die Übernahme von Milliardären über diese Welt noch mal es klingt alles fast glauben möchte aber bleibt in der inneren Balance bleibt dran dass ihr rausgeht in die Natur euch verbindet dass ihr diesen ganzen Spuk diesem Wahnsinn immer wieder entflieht und geht auch gar nicht jeden Tag stundenlang auf unsere Seite hier in den Kanal sondern und auf andere sondern gebt euch Auszeiten lasst mal die Beine hängen wir wünschen uns das auch manchmal aber es geht gar nicht also wir können es nicht weil wir müssen im Anschluss bleiben aber wir bringen euch dann ja auch die Zusammenfassung hier in den Podcast das ist für uns das wichtigste ja wir haben noch ein ganz kurzes Thema Andreas auch wenn du hier gerade die hals abschneider Bewegung machst es wollte ich noch ganz kurz hier anbringen die ganze Wirtschaft echts ja unter den Maßnahmen und es muss wohl offenbar die Verzweiflung bei den einzelnen Organisationen sehr groß sein und jetzt gibt es einen ganz spannenden Vorstoß für eine Art sanfte Öffnung des Handels und dieser Vorschlag kommt vom Obmann des Handelsverbands Sonntagabend das ist übrigens ein Artikel von heute AT und es geht hier um Österreich und dieser Obmann heißt Rainer Will und der hat bei Clubhouse einen neuen Ansatz präsentiert um aus dem Dauerlockdown herauszukommen und er sagt der Handel sei eben nicht der Hotspot für die Mikrobe wir müssen daher Kollateralschäden rasch eindämmen und er sagt Fakt sei dass die Wissenschaft derzeit davon ausgeht dass durch einen zwei Meter Abstand und bei Kontakten unter 15 Minuten eine Infektion vermieden werden kann und deswegen sagt er vielleicht sollte man ein Einkaufslimit von 15 Minuten verhängen naja gut da hüpft man kurz rein nimmt sich zwei Klorollen mit und ein Glas mit Mayonnaise was man noch gerade erwischt das letzte und stellt sich zehn Minuten an die Kasse mit 90 Zentimeter Sicherheitsabstand es ist wirklich wie die alten Schildbürger die wir in unseren Kindern in unserer Kinder Kindheit immer wieder vorgeführt bekamen die ja wirklich mehr oder weniger mit irgendwelchen dummen Maßnahmen sich lächerlich machten und genau das habe ich das Gefühl findet hier statt allein die Tatsache dass man Angst hat vor Infektion wo doch jeder weiß dass eine Infektion auch dann dazu führt dass man eben nicht mehr ansteckend ist alleine dass wir wissen dass die Infektion auch nicht zu schweren Krankheiten führen und dann wird es immer kurioser dass Power Shopping das hat jetzt noch irgendwas ist kaufen und mitnehmen egal und zu Hause erst gucken was es überhaupt war denn wichtig ist wenn da was steht schnell mitnehmen denn es ist ja bald nichts mehr da denn die Logistik für die Rescue Logistik 4.x die hatten wir besprochen in unserem letzten Podcast wo nämlich die Lebensmittel Notversorgung aufgebaut werden soll bis zum Ende des ersten Quartals und Beginn des zweiten Quartals 2021 wir reden also von in zwei Monaten weil man damit rechnet dass die Lebensmittel Versorgung komplett zusammenbrechen wird und dann mit speziellen logistischen Notfallprogrammen momentan auf Hochtouren gearbeitet wird ohne irgendwelche geltlichen Limits was diese Organisation anbelangt unter der Zuhilfenahme der Bundeswehr mit der Zuhilfenahme der 15-Kilometer-Begrenzung und so weiter ich habe darüber gesprochen hochinteressantes Thema also da kommt richtig was auf uns zu aber bis dahin können wir noch mal schnell durch die Supermärkte rennen Was du hier gerade wieder abgefeuert hast wo nimmst du diese Geistesschnelligkeit eigentlich her Ich kann es selbst kaum fassen ich stehe jeden Morgen vor dem Spiegel klopfe mir auf die Schultern und sage ich hätte mich nicht besser machen können Du erstarrst in Ehrfurcht vor dir selbst So ungefähr könnte man es nennen wenn ich meine ich bin der Einzige der es macht Nein Du nicht Stimmt Nein natürlich ich schätze das alles sehr Andreas wenn du nicht wärst was täte ich dann? Dann wäre die Sendung kürzer Das stimmt auch der See wäre auch blau der Himmel wäre blau und jetzt freue ich mich so irrsinnig auf den Kaffee deshalb habe ich dieses Hals-Abschneide-Zeichen auch gemacht weil ich möchte jetzt gern meinen Kaffee trinken bei dieser wirklich traumhaften Aussicht Aber du hast jetzt gerade schon wieder gesagt ich freue mich auf dem Kaffee Auf dem Ja gut okay Ja ich habe den zweiten immer noch unter mir den brauche ich nicht jedes Mal kommen der bleibt dann warm unter dem Sitzkissen Der Satz ich freue mich auf den Kaffee ist ein Akkusativobjekt auf wen oder was auf den Kaffee Wem ist der Dativ der ist davor und das heißt nicht auf dem Kaffee Aber wenn ich mir einen zweiten Kaffee warm halte unter meinem Sitzkissen sitze ich auf dem Kaffee Ich freue mich auf dem Kaffee Alles Liebe euch Bis dann Bis später Ciao